zu den waffen ja die kämpfer sind da doch ein bisschen stärker auch sonntürme also ihr errichtet mir dort türme und dann könnt ihr hier fischen gehen es war denn also zu den waffen Und dann geht es weiter. noch gut besitzt. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Mir nach, mir nach, folgt mir, Clanbrüder zu mir, mich zurückweichen, hier, sofort, auf mein Kommando, in die Schlacht, mich zurückweichen, vorwärts, zum Angriff, hier, sofort, nein, 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 auf mein Kommando, aus, aus, Krieg, für den Clan, auf mein Zeichen. Gut gemacht, Lena, bin stolz auf dich. Oh, wir haben hier oben einen Totem verloren, beim letzten Angriff. Ja, schon gut. Krieg, ich bin schon auf halbem Weg. Ja. Was wollt ihr? Wohin? Ist was. Ich bin müde. Keine Last. Was wollt ihr? Keine Last. Keine Last. So, neue Holzfällerhütten. Arbeit. Immer nur Arbeit. Wohin? Ich bin müde. Ja, schon gut. Können wir die abreißen. Können wir die abreißen? Was jetzt? Ich bin müde. Wo sonst? Keine Last. Krieg. Vorwärts, vorwärts. Zu den Waffen. Jawohl. Lauft. Wohin. Auf halbem Weg. Vorwärts, vorwärts. Ne, da willst du wieder wissen. Auf mein Kommando. Krieg, wo sind die Gegner? Ja, vorwärts. Was wollt ihr? Lasst uns lieber Krieg führen. Was ich will? Mehr Türme. Was liegt an? Was liegt an? Tür wie befohlen. Was liegt an? Bin schon auf halbem Weg. Zu den Waffen. Krieg. Vorwärts, vorwärts. Wobei, euch hätte ich gerne lieber hier. Da bin ich die ziemlich starken Elfen. Weißt du, dass das hier wieder bepackt bei übrigens? Das Gebäude ist einsatzbereit. Mal was zum Kampf für die Drachen und so haben. woher die Drachen? Wer hat der Drachen gewernt? Woher das Geschenk? Nee, da gehen wir mit. Das ist das. Der Drachen. Aber die drachen. Es ist so, dass sie mich gab. Einen drachen. Und ja, ich hätte vielleicht lieber hier draußen errichten sollen, als hier drin. Oh ja, und ich wollte hier... Wohin? Oh ja, da hätte ich ja noch errichten. Schon dabei! Helende Lichtbeter! Nicht zurückweichen! Ja, meine Arbeiter könnt ihr ruhig verdreschen, die kann ich so leicht nachvollziehen. Hintergrund! Ist was! Ja, schon gut! Zu den Waffen! Zurufe sie befohlen! Hier auf! Zurufe! 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 Zurufe jetzt weiter... Ein Gargoyle. Und ja, ich glaube, bevor ich die Sternenstattern angreife, muss ich erst mal gucken, dass ich die Drachen loswerde. Was wollt ihr? Arbeit. Immer nur Arbeit. Ist was? Na los. Für den Clan. Wo sind die Gegner? Na los. 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 Ich rieche Blut. Na los. Na los. Na los. Na los. Na los. Ja. Na los. 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 den Feinden! Wir haben Stufe 21 erreicht. Yay!